gesehen? Nee. So. Ich mach mich mal auf die Suche. Okay. Und bestimmt Taschen voll, ne? War ja klar. Oh nein ... Wen haben wir gefunden? Das eine Huhn ist ein Hacker, den kann ich nicht hauen. Okay. So hat sie nicht alle killen. So hat sie nicht alle killen. So hat sie nicht alle killen. Was? No. Okay. Du Stalker! Scheiße! Scheiße! Plus... Wieso bin ich hier hinten wieder gelandet? Le? Du warst nicht am Schlafen? Ich hab geschlafen. Aber lass meine Sachen liegen. Ja, ich tut die da einfach hin. Die ich aufgesammelt hab. War nicht meine Schuld. Wow. Raus hier! Heavy, raus hier. Ja. Ach, Amitim. Hä? Du hast mich gefordert? Ja. Ey, jetzt kannst du sehen, wie ich wieder nach vorauskomme. Das 517 Meter entfernt. Okay. Lass mal mich am Leben! Meine Güte. Ja. So war das eigentlich gar nicht geplant. Ich hab falsch gedrückt gehabt. Ja, ja, ja. Doch, ehrlich. So, wo war das denn? Ich renne da gerade hin. Muss ich jetzt nur. Ich renne da gerade hin. Ich renne da gerade hin. Ja? Mhm. Ich weiß gar nicht, wo war das denn? Aber ich hab doch geschlafen. Normalerweise hätt ich da gar nicht spawnen dürfen. Ich hätt auch nicht gespawnt. Oh, ich hab dich geholt. Ja. Scheiße, ich bin gleich tot. Wieso? Vom ganzen Fallen. Okay. Ein Herz noch. Immerhin mal eine Abwechslung für das Video. Ja. Ach komm. Geh mal schneller wieder auf. Wo bist du denn? Noch 300 Meter entfernt. Ich seh dich gar nicht. Ich weiß selbst nicht, wo ich bin. Ich weiß selbst nicht, wo ich bin. Ey, wenn du mich jetzt hierherst, du hier puttest. Nein, nein. Nein, nein. 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 Ich muss noch mal re-loggen. Nein. Nein. Oh... Du hasier! Alter, ich will jetzt mal meine Sachen wieder haben! Ich kann mir voll sagen, wie... ...öhm, fix dich! Na klar! Hast alle in die Ecke getan, ne? Da liegt auch noch was! Da auch noch! Hä? Mann, wieso sind die Sachen manchmal so weit geflogen, hallo? Heftig! Zu Recht! Hä? Zu Recht! Zu Recht, ist klar! Für mich auch! Wenn du einfach... ...was zerstörst! Hm? Wenn du einfach... Du hast jetzt Sound vergessen! Achso! Ja! Ich hab schon ab! Ja! Ah, Mann! Lass mich mal wieder ausmachen! So! Jetzt kommen nochmal drei Eier angeflogen! Du hast aber echt lange Weile! Ja! Ey, hast du noch Silber von mir? Nö! Ach ne, schon gut! Ich hab das für die Rüstung... gegeben! Hm? Habe ich für die Rüstung ausgegeben! Ach, du hast Rüstung an! Ja! So! Das ist ja kein Wunder! Dass ich gestorben bin! Was ist hier denn passiert? Scheiße! Normalerweise hätte ich doch da spawnen müssen! Du landest bei deinem Bett, ne? Ja! Wieso ich nicht? Hallo? Was war die Scheiße denn? Solange du nicht einmal da drinnen lagst... Ich lag doch da drinnen! Ja! Ja, dann war ich ja auch nicht! Leg dich mal ins Bett! Geht das überhaupt? Am Tag nicht! Am Tag nicht! Aber ist jetzt! So, jetzt lag ich dran! Hm! Hm! Wir können das ja mal testen, ob das geht! Hm, ist klar! Ja! Ja! Autsch! Ja! Tot! Ja, jetzt lande ich da! Hm! Schon komisch! Ja, ja! Echt komisch, ne? Ja! Was ist das Zeug alles so... ...viele Eisen braucht? Ne! Ja. Jetzt wird's wieder ruhig. Mein Gott, jetzt hängt der Eben schon wieder... Und ich bin schon wieder in die Entgegengesetzseuchtung gelaufen. Hallo. Warte, ich hab kein Schwert, warte. Hört an, ich hab auch kein Holz. Warte, ich hab noch ein Holzschwert. Und dann bist du. Hi! Schon wieder? Achso. Ich bin ganz groß. Moment mal hier. Das gehört dir? Das auch. Nee, das gibt's da nicht mehr. Ja. Ja. Oberteil. Oberteil, das ist meins. Ich hatte auch... Ich hab dich nur mit deiner Scheißhose gesehen. Tschüss. Oh, ich bin auch... Ich bin äußerst... Hä? Ich bin äußerst... Ich bin äußerst auf eh gekommen. Ja, ja. Kann ich auch ganz schnell behaupten. Wirklich? Hätte ich jetzt aufgenommen, hätte ich einen Beweis. Und dann ja, aber so? Nö. Wo bist du? Ich hab mein Schwert verloren. Liegt der irgendwo da unten. Ich zieh das nicht. Nö. Egal, ich brauch auch Holz. Ich weiß mal, wenn ich jetzt irgendwo nochmal runterfall bin ich tot. Ey, ich kann durch dein Haus gucken. Ja. Ich hab ein Bot. Nee, Wohi Heck. So. Dann hol mir mal was für Essen raus. So. Na, was meinst du, ob du mich finden würdest, wenn du mich suchen würdest? Ja. Ja. Ich komm ohne Schwert rüber. Mhm. Wo ich erstmal rüber. Ja, das stimmt. Das ist auch schon komischer Weg. Das ist auch schon komischer Weg. So. Wo ist die Tür? Okay, hier. Darf ich mal runtergehen? Ja, aber nicht nach oben. Kannst ruhig runtergehen. Aber nach oben brauchst du nicht, weil oben bin ich nicht. Ja. Was hast du denn so in der Truhe? In Federn, Kies... Mein Diamant nicht. Mein Diamant nicht. Hahaha. Du musst du sehen. Ja, ich seh deinen Namen. Ja. Schön für dich. Aber auf der anderen Seite, wo ich... Ach so. Du musst erst mal stundenlang natschen. Jetzt geh ich nach links oder rechts? Kommt, ey. Geh mal weg von mir. Scheiße, kein Erde mehr. Danke für die Erde. Danke für die Erde. Hahaha. Hahaha. Na, wo lauerst du da? Hahaha. Hallo? Ich kann dich ja drinken. Komm her. Komm her. Komm her. Scheiße. Schön, er weg, ne?